so wenn wir jetzt ein bisschen zeug zurückstehen konnten haben wir 89 gold das heißt wir könnten zu den komischen kopplen zurück wenn ich mich jetzt noch grob daran erinnern könnte wo der war das war recht kurz runter gucken hier haben wir hier feuer war nicht ich dachte ihnen da wären fallen gewesen und hier sind wir schon zu weit hier waren die ganzen orks und die diebe noch mehr orks müssen wir zurück also darunter wo vorher gekommen sind nicht ist falsch da runter runter die treppe lang und links vielleicht ich hätte mich auf der karte markieren sollen allgemein sollte ich nie ist falsch allgemein sollte ich mir viel mehr auf der karte markieren na gut jetzt ist zu spät hops 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 also ein nach oben und nach rechts sind die ganzen kanalitions geschichten links vielleicht da ist der fliegende helm der bärenfalle in einem und da ganz links und da ganz links war eine treppe nach unten und ich glaube da war die tür und die tür durch war dann der goblin und diese säulen auf dem hin und her springen musste und der viel zu langsame bolzen der ist komisch so und da hast du die tür sehr schön hallo koplin lasst dich davon arretieren dass wir brennen keine 80 münzen und hey widerlich er bot in seiner nase und nun wischte auch noch seine hand am hemd ab komm schon alter man rede wie komme ich an das messer zuerst musst du korrekt fragen ich will das messer in ordnung ich bin gekommen um das messer zu holen bitte ich brauche das messer was zur helle folge dem weg an dessen ende wirst du den dolch von adjanti finden nimm dieses glas mit wasser verschütte keinen tropfen erreichst du den dolch mussten deine gedanken klar wie dieses wasser sein das wasser sieht aber nicht sehr klar aus weißt du was ich denke du hast mich betrogen wie auch immer behalte die münzen und entferne diesen popel bevor er gefriert und du dich daran verletzt so und das mit dem wasser kenne ich dass kein tropfen verloren gehen kann was war das karatekit ne nur die reine seele der vermag das messer zu halten und nur ein mann mit einem kleinen hintern passt durch diesen trüchkern kein no no passiert jetzt mit dem wasser im inventar irgendwas böses oh oder war das auf der suche nach dem goldenen kind mit eddie murphy das können auch sein so ich lege besser nicht meine hand ins feuer das ist richtig wo ist das wasser da benutzen kreuzter dolch von adjanti und du machst was benötigt die stufe 5 in dolch in 131 schaden plus 30% schaden mit arcanem wenn deine kreatur tölt ist wird die magie dieser waffe für eine weile aktiviert und erzeugt zusätzlichen magischen schaden ja das ist ein echt schöner dolch ich kann noch nicht mit dolchnungen aber vielleicht ist hier gut was wert nein oder wir sterben müssen aber noch mal holen was aber nett von dir spiegel so 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 deja vu und schwupp und schwupp und schwupp sieht doch schon wesentlich besser aus und hopp und hopp und hopp oh hopp äh genau durchführende janty wir haben ein leeres wasserglas äh okay wo ist der kleine mann hin du da willst du ein leeres glas wasser haben nö leeres glas wasser auch nicht schlecht ähm oh ja wir müssen noch einen von euch umbringen ich weiß aber wir haben die letzten beiden Statuenteile auch noch nicht und kein Dreizack und Korallenkron und was weiß ich ähm also wir können rechts weiter wo die Orks waren oder jetzt endlich in die Kanalisation was ich ja eigentlich schon vor drei Folgen machen wollte ich glaube ich laufe lieber mal bei mir hier durch viel zu langsamer Giftbolzen und die Orks wieder da gibt's mir oh Beute ting ting oh ein Schaden oh ist komisch so ich hätte aber eigentlich ganz gerne Herzen können Fässer Herzen trocken ich glaube nicht so also der Ork da schläft der kann also sterben 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 sag ich komm schon ich will nur ein Herz haben oder zwei oder drei ich will nicht schon wieder teleportieren Theonimo oh Gladius ich hätte ihn gar nicht kaufen sollen und kein Herz die könnten wir doch alle mal und der der jetzt ganz weit weg steht der gibt bestimmt ein Herz dass ich extra hinlaufen muss nö ok hier hoch da hoch fast kaputt machen hoch und dann rechts auch wenn ich eigentlich echt äh erstmal Shift 1 drücken sollte um mich zu heilen aber ich will nicht schon wieder zurück ne komm das schaffen wir wir bringen einfach alle Orks um die Truppen ein, zwei Herzen dann ist gut das wird nicht so passieren oh da ist ein Herz oh so jetzt geht bitte alle weg genau Fragezeichen sind toll dreht um dreht um dreht um dann kann ich euch alle nacheinander den Rücken schlagen ihr solltet schon nicht einschlafen weggehen genau so oh 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 nicht töten so und die tackern wir weg hier kommt niemals ran äh kommt nicht mehr in unsere Richtung ok so drei Münzen nicht die Welt aber ok so noch mehr Orks eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf äh irgendwie fehlt es mir schon albern eigentlich müssten doch alle Orks jetzt langsam angestürmt kommen wenn sie hören dass nach und nach alle ihre Brüder abgeschossen werden mit diesem oh naja diesmal scheint es wenigstens aufzugehen hey level up und jetzt wo ich das level up habe und eh voll geheilt werde hängen überall herzen rum ist klar du mich auch spiel maul maul und so mhm charakter wir hätten gerne zauberstib oder magierstib oder magierstib oder wollt ihr mich veräppeln iiih was bist du du bist ein zauberstab also c zauberstab die anderen sachen erhöhe ich erst wenn an die konstitution erhöhe ich immer mehr lebenspunkte sind wichtig aber den rest erhöhe ich erst wenn ich das brauche so du kommst mit du kommst mit du bist eingesackt du bist eingesackt du kommst mit ich hätte gerne noch irgendwo zwei Poseidonsteine na das sind ganz schön viele Orks hier das muss irgendwas wichtiges von denen sein zack zack so lauf mal an mir vorbei und der andere sollte sich umdrehen dreh dich um genau so 216 der hat schon wieder nur einen Schadenspunkt gemacht die Schamanen sind echt komisch oh die wir die eine eine Münze klauen wollten dafür zwei dalassen das ist doch schön ah ein Raum mit Fässern hihihi zack 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 oh eine Kiste deiner blauen Handtaxt extra benutzt ich noch irgendwie gar nicht du für drei 390 Schaden schnelle Angriffe mhm so du nochmal an du tot du tot du an ganz schön große Kiste da guck mal was da drin ist ein Dreizack aber ich finde es schick dass der extra eine große Kiste gemacht hat für den Dreizack weil einen Dreizack in so eine kleine Kiste zu packen wäre ein bisschen komisch das ist ja geil der Hammer leuchtet weil er jetzt mehr Schaden gegen Untute macht sauber ah schade wäre eine gute Stelle gewesen für den Secret und wer braucht eine Kerze wenn er leuchtenden Hammer hat aber die geht ziemlich schnell wieder aus na gut wir haben alle ausgetötet wir haben den Dreizack äh da ist ja noch eine Treppe unter hatte ich die jetzt eben übersehen oder war ich da schon unten da unten war nix gucken wir mal kurz nö da geht's weiter okay du auch noch an oh oh was wird denn etwas besser gesicherte Gegenden und genau für dich haben wir es auch bewahrt wir hätten gerne das Ding da Schnelltaste nö mal 6 Frosch haben wir ich gerade nicht so und 180 Schaden sehr schick Dinger 20 Ladung wir haben 3 Stück davon Ring der Geschicklichkeit des Schmiedes ja da Angriffsgeschwindigkeit mit Streitkolben naja und Rolle der Bogenmeisterschaft und sonst keine Secrets und genau das meinte ich wir waren schon mal in so einem ähnlichen Raum da war ganz rechts halt diese Schriftrolle die man lesen konnte und rechts in dem Secret das Drücken von F4 erlaubt dir alle deine Schriftrollen anzuzeigen kleine Secrets ok ich hasse dich Tutorial danke dass ich jetzt weiß wie ich alle Ringe anzeige aber das würde ich ungerne wissen wenn ein Feuerball auf mich zuhast ich hoffe die sind bald mal alle durch so da lang da lang da lang und jetzt bleibt glaube ich wirklich nichts mehr außer der Kalidisation hier geht es nach unten jetzt hm geil jedenfalls laut Karte oh und es geht noch dreimal nach links ist auch noch ein dunkler Bereich wo ich nicht alles aufgedeckt habe überall noch Bereiche wo ich nichts aufgedeckt habe oh stirb schneller so und noch eine Joghurt ich habe das Frostpolzen was sagst du du bist ein alter Joghurt fremder schnell ich brauche deine Hilfe was liegt dann die Mächte die Mächte des ewigen Feuers haben Koldax gefangen genommen sie wollen ihn schmelzen ihn schmelzen? wer ist Koldax? der Letzte des Eis Elementale Elementale? ok in dieser Burg du musst deine Auslöschung verhindern ein Eis Elemental ok ok wo ist er was kann ich tun sie haben ihn durch diese Tür gebracht er muss dort sein sicher versuchen sie ihn zu töten ok ich gehe und sehe ob ich ihn zurückbringen kann bring mir auch etwas magische blaue Essenz ich benötige sie um die Frostzaubers zu sprechen die ihn heilen werden blaue Essenz haben wir mehr als genug jetzt brauchen wir noch einen sterbenen Kordax äh wo sind wir gerade? da Eis Elemental Quest so weil jetzt würde ich mich eigentlich ganz gerne nochmal nach Hause teleportieren um abzuspeichern also bis gleich ein d Untertitelung des ZDF, 2020